Natürlich sehen wir nicht hinter jedem Baum einen Abzocker oder Betrüger. Wir schauen uns immer nur Angebote an, auf die uns User aufmerksam machen. Campergold aus Hamburg ist ein solches Angebot, was möglicherweise rechtlich schon eine Vermögensanlage sein könnte. Warum? Nun ausweislich der Internetseite des Unternehmens bietet das Unternehmen seinen Investoren eine Garantie an. So richtig verstehen wir dann auch nicht, wieso das Unternehmen hier von maximale Sicherheit durch Fahrzeugbrief erspricht. Mit Verlaub meine Herren, ich hatte mal einen Bekannten, der war im Besitz von Hunderten von Fahrzeugbriefen, er war Schrotthändler, da müssen Sie mir mal erklären, was da in Ihren Augen maximale Sicherheit bedeutet, ich bin ja lernfähig. Zudem bin ich der Meinung, dass Sie für diese Art von Investment, welches Sie anbieten, eines Prospektes mit der Gestattung der BaFin bedarf. Interessant wäre dann ja auch mal zu erfahren, wie eine solche Garantie abgesichert ist, heißt, wer ist denn eigentlich der Garantiegeber? Kann der die gegebenen Garantien dann auch einhalten? Nun haben wir Ihr Angebot einmal an die BaFin übermittelt mit der Bitte, es zu überprüfen. Mal schauen, was die BaFin dazu sagt. Als Anleger würde ich ganz klar die Finger davon lassen. Die nachfolgenden Links könnten Sie dann noch mehr überzeugen, davon die Finger zu lassen. Zudem ist uns aufgefallen, dass möglicherweise das das dargestellte Team unter Beratung nicht existiert. Die dort abgebildeten Personen erscheinen auch woanders im Netz und unter anderen Namen, alle bis auf den angeblichen Geschäftsführer Patrick Willemer, der wiederum im Netz auch nur als Campergold-GF auftaucht, und den angeblichen Jürgen Tse, dessen Bilddatei mit Chinese, betitelt ist. Alles irgendwie suspekt, finden wir. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.